So, ich würde mal sagen, wir befinden uns hier in einer totalen Stille, also wenn nicht zwischendurch mal ein Auto kommen würde und ein, zwei Leute, die man hier spazieren geht mit einem Hund, könnte man denken, jemand ist hier in der Geisterstadt. Oh, da sind wir heute auch mal noch zwei Leute, da sind noch zwei Leute, aber alles andere ist hier sonst komplett totenstille. Also, wenn hier nicht zwischendurch mal eins, zwei Leute kommen würden, wäre hier eine totale Stille, abgesehen von ein paar Leuten, die mit ihrem Hund gehen wollen, wäre hier eine totale Stille, wirklich alles total still hier. Guckt mir aber schon fast vor wie in der Geisterstadt. Keiner da drüben irgendwo, keine Spielplätze mehr unterwegs, straßenmäßig ist wenig los, wenigstens noch ein bisschen Schnee. Was ist denn? Warum soll ich Halt machen? Also, hier ist es so still, dass man selbst, wenn man redet, sich vorkommt, als ob man, als ob es abends um elf ist oder so. Naja. So, und das ist hier alter Friedhof, sagt der Name schon so, ne? Das sieht man ja schon, ja Sophia, das sieht man ja schon, da drüben stehen noch ein paar Tore. Ja, hier sieht man das Ganze nochmal, da sind diese Tore, die ich meinte gerade eben, das sind einfach so Tore, die jetzt hier noch rumstehen, die keinen Verwendungszweck mehr haben, die sie einfach stehen gelassen haben auch. Ja, das war mal ein alter, das war mal ein Friedhof hier, mitten in der Innenstadt sozusagen. Naja. Hui, Sonne untergehen, na ne ne. Na, guck mal hier. Hallo. Jeans heute wieder am Start. Ah, sehr schön, Romantik hier. Da hinten geht die Sonne unter. So, hier haben wir ja das beste Beispiel, also wieder fast kein Wasser mehr haben. Das Ding war eigentlich schon so voll gewesen, bis da wo es Moos ist. Und jetzt ist hier wirklich nur so ein kleines Flüsschen ist das jetzt eigentlich nur noch. So ein dahin laufender kleiner Wasserpfahl. So, sag ich jetzt mal so, da kommt ein Zug. Und naja. Die Dinger da drüben haben auch schon einiges mitgemacht, die Wände. Gerade kriegtechnisch war hier viel los. Ja. Na ja. Aber als ob du gesehen, es sind zwei Autos, die jetzt gekommen sind. Also sonst nicht sehr städte. Da sind Vögelchen. Ja, na ja. Ja. Hier haben wir ein kleines, sag ich jetzt mal, Museum. Ausstellungsraum, Museum. Hier haben wir noch ein paar andere Sehenswürdigkeiten. Sag ich jetzt mal so. Und hier haben sie auch einen schönen Filmchen noch gedreht. Finde ich sehr cool. Haben sie ein schönes Filmchen gedreht. Hier haben wir einen kleinen Stadtbrunnen. Und ja, viel Schnee. Das ist doch mal wieder ein bisschen Autoverkehr hier am Start. Ja. Aber ich finde es gerade geil. Weil da hinten geht die Sonne gerade so ein bisschen unter. Also es ist gerade richtig geil, das zu sehen jetzt wieder hier. Und ja. So ist das da. Eine Geisterstadt hier. Keine Sau wirklich da. Überall ist Dichte hier. Na ja. Hier auch wieder totale Geisterstadt. Nichts los hier. Da vorne die Straße, die ihr da seht. Das ist eigentlich nur befahrene Straße. Wie ihr seht, ein Auto, zwei Autos. Na ja. Mit der Straße, ich bin deinem Buch. Vielen Dank.